Nehmen wir los, wir können Vorsicht an der Fahrbahnkampfe. Laschieren uns, gehen uns, los aus. Let's do it! Jo, Dankeschön. Na komm, Pfeifers. Nehmen wir los, Vorsicht an der Fahrbahnkampfe. Let's do it! Let's do it! Jo, Dankeschön. Jo, Dankeschön. Ganz erst weit, gehen wir los. Die Spiel ist in der Welt, wir tun es. Die Abung ist los, der Bühne weiter. Wir fangen an. Let's do it! Herzlich willkommen! Haben wir deine Worte? Deswegen haben sie Spaß für euch hier! Die Klaasen-Kunner-Beregrin Nachwam-Papas 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 Lass uns! Lass uns! Lass uns! Ich bin der Konferenz von der Münchner Schoen, aber wir wollen sie nicht. Das war's für heute. Schnau, ja guck mal, die Anführung haben wir dann schon wieder erfolgreich in unser Wort von der Mission erfüllt, wie es ist der Scherz. So, zum Geringer wird das Ganze schon ganz schwarz rügel und da würde ich sagen, wir können noch ein bisschen, wenn der Sieg kommt, würde ich sagen, ihr seht eigentlich auch ganz frisch aus. Also, wir wollen der ganze Teil allgemeine Meinungsumfrage. Wollt ihr noch mal? Seid ihr euch sicher? Ich will nicht sagen, aber einige von euch sind echt nicht mehr da raus. Na ja, passen wir jetzt, auf euch bis Lüserloch! 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 Und jetzt war Mako Gangloff ein Schuss hier in Entschwurz. Das war's für heute.